Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Call of Duty und mein Paypal ist im 34 Euro Minus, also wenn ihr Bock habt. So jetzt haben wir diese Folge wieder erfolgreich. Genau, erstmal spenden. Erstmal nach Geld gebettelt, so wie wir das ja machen, habe ich ja in den YouTube Kommentare einmal erhalten von jemandem. Es müssen dann aber 40 Euro sein, weil da geht immer was weg. Da geht auch was weg, also für 2 Euro kriege ich 1,64. Also könnt ihr euch hochrechnen, wie viel ich brauche für 34 Euro. Genau. Vielen Dank. Dominik, deine Aufgabe ist es ab jetzt immer hier zu gucken. Okay, ich mache nichts anderes mehr. Okay. Dann spiele ich das Spiel über diesen Bildschirm. Genau. Okay, los. Okay. Let's go. Wo muss ich denn hin? Ich habe keine Ahnung. Es ist irgendwie merkwürdig, das nicht über den großen Bildschirm zu gucken. Es ist strange. Ja. Ich als reiche Schweizerin kann mir das leisten. Dann bitte, lass knallen. Ja. Du kannst planen für die Türen, wenn du sie brauchst, Sergeant. Rucksack öffnen. Ist das peinlich. Oh. C4. Äh, C4 ist aber anders. Ja, C4 ist krass. Also, mach das mal da ran irgendwie oder so. Elo. Doppeltippen. Freude, das knallt jetzt ein bisschen. Das knallt jetzt ordentlich. Wuhu. Huch. Nice. Oh. Ähm. Das war ein bisschen zu viel für den Rechner. Ja. Wuhu. Wuhu. Alter, wirft er eine Granate raun. Oh. Das ist kaputt, das andere. Das kann ich auch. Der auch. Er geht zurück. Granate. Äh. Oh. Freundchen. Halt mal. Hör mal auf jetzt hier. Weißt du was? Ich zeig dir mal kurz den Granatwerfer. Ups. Ich hab doch gesagt, zeig dir mal kurz. Du musst jetzt hier drauf achten, dass da gleich 34 Euro kommt, ne? Nicht, dass es wirklich so bescheuert ist. Scheiße. 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 Warte mal. Lebt er noch? Bam. Komm noch rein. Shit. Wo ist eigentlich der Käpt'n? Wenn man ihn mal braucht. Der Käpt'n ist draußen. Shit. Granate herfen. Ich hab zurückgeworfen. Treffer. Ich hab zurückgeworfen. Genau im richtigen Moment. Alter. Erwischt. Das Ding ist so eine Kalaschnikow hier. Ja. Hat eigentlich. Du hast es sicher. Hat eigentlich Dumdum geschossen. Dumdum. 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 Ja. Das war rein in den Pool, oder? Fast zum Henker. Stinkt es bestialisch. Es ist eine Brutfabrik für Fische. Ja. Jetzt weiß ich, wieso du mich allein losgeschickt hast. Nö. Und eine Brutfabrik für... Koks. Koks. Achtung. Und Bananen. Das hier ist nicht wie der andere Raum. Hier gibt's wirklich Fische. Du hast gesehen, an seinem Handschuh ist der Finger frei. Der Zeigefinger. Ja. Um Abzug richtig zu spüren. Besser ziehen kann er. Hinter diesem Ort steckt mehr als vermutet. Yo. Wir sind Tunnel unter dem Leuchtturm. Dann sollten wir zum Leuchtturm. Wir treffen uns draußen. Okay. Na dann, mal los. Verstanden. Ich hab jetzt so Angst, was zu verpassen. Ich will ja nicht weggucken. Es tut mir voll leid jetzt irgendwie. Bitte 34 Euro jetzt spenden. Ja, dann mach doch. Kann ich nicht. Komisch. Hast du ja schon das Spiel gespendet. Eben. Wo müssen wir jetzt hin? Zum Leuchtturm. Ach, Mensch. Käpt'n. Der macht halt mit um jeden Preis, ne? Wenn du sowas machst, musst du vom Mikro weggehen. Dein Mikro bei Red Dead ist die ganze Zeit immer auf Steuern. Ich hab's auf Viertel. Nicht mal. Dann musst du mal so machen. Ja, trotzdem. Machst du so? Ja, ich mach so. Ist das so weit weg? Es ist so weit weg. Bist du sicher? Sicher, 100%. Bist du sicher? Auf jeden Fall. Weil wenn ich immer runterkomme, ist das nicht der Fall. Weil Teamspeak regelt dich ja von selber hoch. Das heißt, du kannst schön wegbleiben. Hm. Wir positionieren uns hier. Ja, abschießen. Mal was? Nee. Willst du, dass sie uns umbringen? Hä? So ist es auch nicht schon? Ich hab doch getroffen, du Spass. Sie dürfen die Leichen der anderen Patrouille nicht finden. Zwei andere sehen ihn. Such eine Stelle, um zwei mit einer Kugel zu treffen. Geht das denn los? Wo war das jetzt? Da unten. Ich bin bereit. Er erwischt. Zwei Striche. Viel auf den Kopf. Er ist alarmiert. Die ging nicht durch. Hm. Schütze eliminiert. Sie ziehen sich ins Innere zurück. Auf die Fenster achten. Scheiße. Alarm. Ja. Ich hab's versaut. Ja, du hast verkackt. Du rückst zum Fuß des Leuchtturms vor. Ich geb dir von hier Deckung. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ich bin wieder dran. Beim ersten Mal warst du so gut. Schön. Ja. Bravo, Watcher. Sergeant Garrick rückt zum Leuchtturmgebäude vor. Gas. Auf der Straße da unten tut sich was. Erwischt. Erwischt am Boden. Nicht erwischt. Doch. Schon wieder erwischt. Das sind ganz schön viele, Mann. Getroffen. Oha. Oha. Das sind sie gepanzert, Alter. Ja. Shit. Geil. Erwischt. Man, Captain, hilf doch mal ein bisschen was. Uh. Ui. Geil. So schönes M16. Haben wir hier noch Munition? Captain, diese Typen sind nicht von mir. Sieht nicht so aus. Scheiße. War da grad was? Nein. Ich glaub nicht. Ich fang ernst zu spät. Ja. Hätte man dich die ersten zwei Mal gefragt, hättest du auch gesagt nö. Wo läuft was? Der Leuchtturm ist von mehreren Gebäuden umgeben. Geh da hin und überprüfe sie. Der ist schon tot, oder? Doppelt hält besser. Krasse Alarm auf jeden Fall. Ich glaub, ich tausche mal mein Gewehr hier. Mhm. Sicher? Ne. Ich tausche mal das Gewehr hier gegen die Pistole. Weil wir jetzt wahrscheinlich in den Nahkampf gehen. Etwas. Möglich ist es, ja. Und ich liebe einfach Pistolen. Ich will auch mal mit einer Pistole spielen. Boah, Castor 7-6. So, Alter. Die hat's. Ah. Guck mal. Dauerfeuer hat sie. Dauerfeuer hat sie. Ach du Scheiße. Können wir hier rein? Ne. Yo. Krass. Das geht nicht. Das war das kleine Gebäude. Ich bin die Garage mit den zugemauten Toren. Andi, das sind Tore sogar. Ja. Die Tür ist doch sehr ich zu. Tun sie mal ein bisschen, äh. Gehen sie mal ein Stück zurück. Tun sie mal ein bisschen erschrecken. Alter. Gehen sie mal ein bisschen, Alter. Voll herrisch. Der lebt noch. Ah, shit. Kleiner Ficker. Also. Der lebt noch rein. Dem sein Schädel dürfte eigentlich nicht mehr existent sein. Einer getroffen. Granate. Ei, ei, ei. Noch drei Schuss. Oh. Wo ist er hin? Rein. Schon wieder? Drehengas. Yo. Alter. Hab ich ne Gasmaske oder sowas? Da kann ich doch nicht rein. Wie bescheuert ist das Drehengas. Ja, jetzt kriegen die halt auch nochmal. Vom Drehengas. Das Problem ist, die Knarre ist leer. Hm. Wie keine. Da hat Munizern dabei. Schade. BAM. Alter, wie hart kann man gepanzert sein? Die Scheibe ist aber wirklich panzerfest. Weil guck mal, wie oft ich da reingeschossen hab. Ja. Okay. Viel Spaß damit. Der hat auch zurückwerfen. Bitteschön, doppelt Heldmesser. Bitteschön, doppelt Heldmesser. Alter, alles klar. Letzter tot. Garage sicher. Durchsucht. Kostov, nein. Oh. Ein Boot, so wie's aussieht. Ich hab was. Kisten am Koffer. Alles russisch. Ja. Was ist drin? Sie sind leer. Frisch ausgepackt. Russland. Unterstützt den Iran. Vielleicht helfen Sie Hassan auch direkt. Das wird immer größer, John. Die Gebäude gegenüber sind noch bewacht. Tür ist offen. Sicher Sie und sucht den Eingang zu diesen Tunneln. Ah, hier geht's hoch. Okay, bin dran. Fäuste. Ja. Ja, genau so. Äh, also wenn nochmal irgendwo was sein sollte, dann... Alter. Ui. Dann einfach Bescheid sagen, ne? Wenn wir das nicht irgendwie sehen, einfach was sagen. Ja. Einfach sagen, ey du Hurensohn, ich hab dir grad einen Euro gespendet, du undankbares Stück Scheiße. Einfach sowas in den Chat schreiben, okay? Ja. Passt schon. Faro, Cabo, was? Was? Wo? Überm Tor. Faro, Cabo, Marinero. Na dann. So, die wissen ja, dass ich komm. Mach auch nicht nur eins, ich finde das ist ja langweilig. Nur, nur ein dran ist. Mach mal eher vier oder so. Genau, so. Freunde. Ihr wisst Bescheid. Huch! Da hat's die ganze... Passade ausnahme genommen. Achtung! Keiner? So wie's aussieht? Hinten. Alles klar. Oh, fuck. Shit. Scheiße! Oh! Oh! Du bist verletzt die Entdeckung. Wie die so? Wie die so? Ja, wie sie da langweilig. Ey, aber beleidigen wir vom Automat alles mit Strich dazwischen einfach reinschreiben. Okay. Jetzt it. Jetzt aber. Boom. Von hinten. Oh! Der lebt noch. Klein ab. Rein die Waschmaschine. Der Fernseher. Die Kugel ging durch. Geil. Innenraum sicher. Das reinste Schmugglerparadies. Echt so. Was siehst du? Tote Feinde. Chips. Und unterwege Pakete voller... Was auch immer. Togen vermutlich. Warte mal, nimmst du den Tisch weg? Bestimmt. Wo geht's draus? Sieht nach Wohnbereich aus. Bleib da gerne. Ich stoße zu dir. So, Tisch weg. Nein. Schade. Ja, moin. Das ist ein stabiler Tisch. Ist halt wahrscheinlich Deutsche Eiche. Ja. Eiche. Was ist denn das? Oh, die Tung. Oh. Oh, geil. So. Hashtag Fuck The System. Genau. Genau. Kev Button den mal bitte. Oh, ist das hell. Oh. Verstanden. Such einen Weg in diese Tunnel. Ja, wahrscheinlich... Vielleicht hinter irgendwas an der Wand oder im Boden versteckt. Alter. Finde den Tunneleingang, Jungs. Unterm Klo. Toll, ist verstopft. Fuck. Fuck. Hm. Walkie. Such weiter. Das ist verdrückt. Geil. Such an den Wänden. Ich prüfe den Boden. Okay, ich such mal an den... Such an den Wänden. Hinter dem großen Bild hier vielleicht? Hinter dem Dartschein? Ah, die Löcher von den Darts fallen. Geil. Das sind Einschusslöcher eigentlich, oder? So groß wie die sind. Ja, das stimmt. Vielleicht haben die mit Waffen draufgeschossen. Wenn man da dran dreht. Das Steuerrad. Geht nicht. Geht nicht. Wo könnte es nur sein? Acht auf hin. Wo ist das? Okay. Acht auf hin. Oh. Ui. Oh. Boote. Na dann. Absteigen. Steige hinab. Das ist auch... Ja. Okay. Ja, stimmt. Kartelle Liebentunnel. Ja. Genau. Ups. Hab schon gedacht, wir waren in meinem Cox-Simulator. Wie Gegensatz zu mir. Alter vor Schönheit, Captain. Alter vor Schönheit. Big Mac Band hinweg. Ja. Gas, soll ich mal da draufschießen? Mach mal. Darf die Gasbrille? Realistisch. Da würde nämlich in echt auch nichts passieren. Ganz schön weitläufig. Weil es ja Gas ist, oder? Du musst zum Wasser führen. Nee, weil die nicht durchgehen. Ah, okay. Kate, ich bin in den Tunneln. Sie führen zur Küste. Alles okay? Die Boote nähern sich weiterhin. Bisher kein Ärger. Das gefällt mir nicht, Kate. Das gehört zum Geschäft, John. Du solltest nicht allein da draußen sein. Bin ich nicht. Ich bin bewaffnet und gefährlich. Ende. Ende. Oh. Sicher. Was ist das, Alter? Mhm. Sieh dir das an. Ein U-Boot. Was zur Hölle? Kürtele nutzen für den Transport. Da passt die Rakete rein. Lol. Gerade so. Das gehört noch nicht zum Level. Ups. Kate. Vor allem. Wir sind in einer Höhle direkt vor der Küste. Das ist Teil, ja. Keine Wachen. Keine Raketen. Ja. Verstanden. Bin direkt gegenüber. Der Zoom, Digga. Ich habe hier Probleme gehabt. 300 Meter. Ach, das ist... Ups. Ach, das ist sie. Welche Läne-Waffe aufs Meer? Oh. Was ist los? Boote nähern sich. Sieht aus wie Alcantara. Sie haben Wach. Alcantara? Alcantara. Sieht aus wie Alcantara, Digga. Genau, ist im Alcantara-Läden auf dem Boot. Gewehr nehmen. Hab ich. Rette Lasswell. Kontakt! Greife an! Kate! Da sind sie. Da kommt ein Boot. Zoomen. Knall ab. Keine Chance. Wow. Kate! Lasswell! Fuck! Scheiße, ich sehe nicht, was da los ist. Haben sie umzwingend. Kein Ausweg. Oh shit. Scheiße! Wir müssen da hin. Ja. Wir müssen da hin, komm. Echt? Wie führen sie? Sie haben sie, Captain. Sie haben Lasswell. Einfach so völlig aus dem Szenario. Geil. Ah! Sie haben sie. Aber warum kommt es da nicht mehr als Bild? Das ist doof. Ja. Ich hab's gerade auch nur im Chat gesehen. Ich hab mir so, okay gut, wann kommt's? Zehn Minuten später gefiel. Wo ist er? Weg. Da. Da ist er. Aufpassen! Das war knapp. Ich drücke immer E zum interagieren, wie jeden im normalen Spiel. Ja, das stimmt. Hier ist es halt F. Wir müssen Lasswell zurückholen. Los geht's. Und worin geht's jetzt? Sergeant, her auf hier. Wir rücken ab. Oh scheiße. Wir haben sie. Ein Lebenszeichen. Woher stammt das? Ur-Six-Tahn. Da. Sie fahren nach Osten. Vermutlich nach Al-Masra. Auf den Schatten. In Untergrund verlieren wir sie. Da, wo die Rakete eingestragen ist am Anfang. Ja. Wiederholen, General? Die kleine Rakete. Das ist ein Tauziehen, Jungs. Wir müssen zurück. Nicht nach vorn. Seit wann? Seit jetzt. Oh Mann, guck dir mal den süßen Hund an. Diese Dinge brauchen Planung und Vorbereitung. Diese Dinge brauchen Zeit und Timing. Ich kann beides. Skates Leben rennt euch eine Sanduhr. Ich weiß, sie sind Sauer, Captain. Es war auf ihrer Mission. Und das ist schwer zu akzeptieren. Ja, es ist meistens F. Damals war es immer E. Das meine ich. Sollen sie ihr Freu aufgeben? Ich sage nur, ich kann ihnen nicht helfen. Aber ich halte sie auch nicht auf. Bei seinen Spielen, als hätte er sie programmiert. Zwölf Stunden ist die Zeit. Als hätten sie sie programmiert. Die haben gerade Shepard gefragt. Den General. Und die haben gesagt, er kann nicht helfen. Weil es ist eine unautorisierte Operation. Aber er hält uns auch nicht auf. Das ist gut. Wir kämpfen gegen Alcatala in ihrem Revier. Da werden Hunderte sein als Wachen für Lasville. 2 gegen 100. Perfekt. Das heißt, wir gehen jetzt ins... Das ist krass, Digga. Geil. Das sage ich auch immer morgens, wenn ich meine Schatulle aufmache. Boah, das ist krass, Digga. Nikolai. Wohin hat er gesagt. Ach du Scheiße. Vorsichtstab. Digga. Geil. Guck mal da. Fett. Soll ich mit Klavier mit spielen? Äh, hast du gesehen, wie viele Autos das sind? Guck mal, die fahren da vorne. Die sind ganz hinten immer noch gefahren. Ja, wo ist eigentlich Ghost? Gute Frage. Ey, Ghost ist ja nicht dabei, weil es ja nicht autorisiert. Ja. Alter, das Auge. Ja, die Arme und so. Wir sind jetzt im Heli. Ja, wir fliegen ja mit. Der hat uns ja abgeholt, der Nikolai. Ja. Oh, wir bleiben im Heli. Sehr gut. Ja, ich schaff euch Platz. Holen wir Leswell. Hey, alter Mann. Farah, danke für die Hilfe. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Und einen Freund in Not. Bereit? Alles bereit. Wir sehen uns auf der Straße. Alle Stationen. Wir sind unterwegs. Bestätig. Boah. Geil. Geil, das ist ein Heli. Fett. Guck, der Smale, Alter. Krass. Roger. Roger. Hier, da ist einfach normaler Verkehr dabei, ne? Ja. Nicht schießen. Wir haben die Heckscheibe eingeschossen. Einfach mal auf die wir diesen Fahrzeug schießen. Alter, da ist es. Ja. Alles klar. Auto kaputt. Einfach schießen. Oh, oh. Geht dann anvisiert. Jo. Ja, wie soll ich denn das machen jetzt? Ach so, da steht er da irgendwo. Und ich kann ihn noch wecknallen. Ja, ja. Ja, da. Auf dem Wagen. Ach so. Das habe ich nicht gesehen, wo der ist. Ich habe jetzt in der Gegend rumgesucht. Ja, ich habe auch gerade noch. Alles klar. Ausgeschaltet. Nachwarnen, schnell. Gerade so, Alter. Ich habe ausgeschaltet. Das ist scheiße. Vorrücken. Ja.